Hey Kinders und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play League of Legends Season 7. Diesmal ausnahmsweise wieder ein Flexi-Cue-Spiel. Da es in der Solo-Cue gerade so ein bisschen verbittert war und ich kurz davor stieß, Salty zu werten, wegen dem ganzen Kindergarten, der da gerade eben war, mache ich jetzt einmal Flexi-Cue und hoffe, dass das dann wieder geht. Das war's für heute, bis jetzt einmal Flexi-Cue und hoffe, dass das dann wieder geht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.